Ich bin spitze hier, in meinem Schweinchenrosa Stuhl, mit meinem Essen und meinem Trinken. Keiner Toilette, die ich unbedingt brauchen würde, an einem See, bei Sonnenschein, fällt mir nicht ein, das ist wunderschön. Wer will? Wer will was zu essen? Zu voll. Wir brauchen auch gar keinen Campingplatz. Ah ja, wir haben auch keinen Platz. Ne, bei dem Auto ist es auch gut. Aber das Auto ist geil. Ich wollte das. Wir trinken vorher. Da muss ich die ganze Weinfluss alleine haben. Und ich war ganz toll. Ach, war's doch cool. Wer ist denn schuld daran, überhaupt in der ganzen Misere? Matt. Marie. Matt.